Okay, hör zu. Das hier könnte wahrscheinlich das Wichtigste sein, was du seit langem gehört hast und das sein, was dein Leben komplett verändern könnte. Denn während du durch dieses Leben läufst, gibt es eine Sache, die dich ständig begleitet, oder? Deine Gedanken. Du hast ständige Gedanken und manchmal bemerkst du, warte mal, ich habe schon wieder irgendeinen Quatsch gedacht und dann denkst du noch mehr darüber nach und denkst noch mehr darüber nach und es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Bis du bemerkst, dass es sich auf deine Psyche auswirkt, auf deinen Körper auswirkt, du fühlst dich plötzlich niedergeschlagen, müde, negativ und nun siehst du, dass es einen negativen Effekt auf dein Leben hat. Das bedeutet, dass du plötzlich Dinge, die du machen wolltest, nicht machst zum Beispiel oder dass du komisch auf andere wirkst, negativ rüberkommst, weil du spürst, dass du nervös bist oder sonstiges, weil du die Gedanken darüber machst, was könnten die über mich denken, jetzt gerade. Und es sagt nur eine Sache aus, deine Gedanken werden zu dir und du wirst zu deinem Leben, okay? Und wenn deine Gedanken negativ sind, wirst du negativ. Und wenn du negativ bist, ist dein Leben negativ. Es wäre sehr, sehr zu deinen Gunsten, wenn du wüsstest, wie deine Gedanken funktionieren. Und ich schwöre dir, wenn du das einmal meisterst, dann wirst du merken, wie viel einfacher dein Leben plötzlich ist, weil du nicht ständig diese Kopfschmerzen hast, weil du nicht ständig nach links und rechts denkst, weil du nicht ständig in Chaos versinkst, weil du weißt, wie du selbst funktionierst. Und dafür musst du dir aber erstmal klar werden, dass dein Kopf ein riesiges Problem hat, ein gewaltiges Problem. Und zwar, dass er immer in Boxen denkt. Er denkt immer wieder in Getrenntheit. Aber nichts in diesem Leben ist getrennt. Das muss dir bewusst werden. Nichts in diesem Leben ist getrennt. Es gibt Tag und Nacht, oder? Und oftmals kommt es uns so vor, als ob Tag und Nacht getrennt sind. Aber da draußen ist eine Sonne und ein Mond irgendwo im Universum, die sich drehen um die Erde, okay? Und während sie sich um die Erde drehen, sind sie ja beide da. Sie sind einfach nicht gerade anwesend. Die Sonne beispielsweise ist nicht anwesend, wenn es gerade Nacht ist. Sie ist gerade auf der anderen Seite der Erde und kommt aber bald wieder, ist aber trotzdem hier in diesem Universum unterwegs. Nicht verschwunden. Und bei uns ist es oftmals so in unserem Kopf, dass wir glauben, ah, es gibt nur Negativität und Positivität. Es gibt nur gut und schlecht. Es gibt nur Tag und Nacht. Es gibt nur, entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Wir Menschen haben ein großes Problem damit, grau zu denken. Deshalb denken wir immer nur schwarz oder weiß. Das ist ein Problem, okay? Du musst verstehen, dass es das nicht gibt. Es gibt schwarz und weiß nicht. Es gibt grau. Es gibt das in der Mitte. Und diese Welt ist nichts anderes als eine Münze. Es gibt oben die obere Seite und die untere Seite. Aber das Leben, das wahre Leben findet in der Mitte statt. Niemals in den Extremen. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Lektion. In diesem Leben gibt es außerdem noch Gesetze. Universelle Gesetze. Beispielsweise das Gesetz des Rhythmus, okay? Das bedeutet also, dass alles einen Rhythmus hat. Beispielsweise eine Frau hat einen Rhythmus. Ja, sie hat ihre Periode und all dieses Zeugs. Dann gibt es Tag und Nacht. Dann gibt es unsere Atmung. Wir haben überall in diesem Leben einen Rhythmus. Wir gehen zur Arbeit, kommen nach Hause schlafen. Wir gehen zur Arbeit, kommen nach Hause schlafen. Als Beispiel. Und das ist nur eines der universellen Gesetze. Es gibt viele weitere. Ein weiteres Gesetz ist, dass dieses Leben eine Waage ist. Das ist extrem wichtig zu verstehen. Das ist der erste Punkt. Dieses Leben ist wie eine Waage. Der zweite Punkt ist, du musst diese Waage im Gleichgewicht halten. Denn das ist der einzige Weg, um wirklich zu leben. Was meine ich damit? Wenn du in ein Extrem fällst, sagen wir beispielsweise mal, du bist ultra faul und machst gar nichts. Dann wirst du merken, dass du unglücklich wirst. Und wenn du in das andere Extrem fällst, dass du zu viel arbeitest, zu viel machst, dann wirst du gestresst sein. Wenn du zu wenig isst, dann wirst du verhungern. Wenn du zu viel isst, dann wirst du lethargisch. Es gibt also immer ein Pro und Contra, egal was du tust, wenn du es extrem tust. Wenn du aber in der Mitte bleibst, wenn du genau die richtige Menge isst für dich, dann wirst du merken, dass du extrem glücklich sein wirst und erfüllt. Und genau so ist es mit deinem Selbstbewusstsein. Du musst lernen, selbstbewusst zu werden, indem du nicht in die Extreme fällst. Und diese beiden Extreme sind entweder deine Opferhaltung oder deine tyrannische Haltung. Denn wir haben entweder den Tyrannen in uns oder das Opfer. Das Opfer sind wir, wenn wir glauben, wir sind weniger wert als andere. Der Tyrann sind wir, wenn wir glauben, wir sind mehr wert als andere. In der Mitte sind wir, wenn wir verstehen, dass es keinen Wert gibt. Du bist nicht mehr wert, ich bin nicht weniger wert. Und wenn es keinen Wert gibt, dann gibt es auch kein Urteil. Und hier ist das Problem. Dein Urteil. Du glaubst wirklich, dass du besser bist als andere. Du glaubst wirklich, dass du mehr drauf hast. Dass du es eigentlich viel mehr verdient hättest, ein tolles Leben zu führen. Dass du eigentlich was Besonderes wärst oder Sonstiges. Und das ist ein Problem. Ein großes Problem. Auch wenn du es vielleicht nicht nach draußen zeigst oder präsentierst. Solange du es tief im Inneren glaubst, wirst du es zurückbekommen. Verspreche ich, weil die Waage gekippt ist. Oder du glaubst, dass du ein Opfer bist. Dass du nichts kannst. Dass du niemals was hinkriegen wirst. Dass die anderen sehr viel besser sind als du. Und auch dann wirst du merken, dass du untergehst. Aber wenn du ähnlich in die Mitte kommst und verstehst, dass du genauso bist wie alle anderen. Und dass du genauso alles in deinem Leben gestalten kannst, wie du es haben willst. Dass du unter denselben Regeln funktionierst. Und dass du nicht mehr verdient hast als andere. Du, wer bist du? Wer bist du? Bist du sowas Besonderes? Bist du sowas Grandioses? Dass die Regeln des Universums nicht bei dir funktionieren? Wer bist du zu glauben, dass du mehr verdient hättest? Und dass du auf deinem Arsch sitzen darfst und nichts tun darfst, während alle anderen Gas geben? Wer bist du zu glauben, dass du, dass du es viel einfacher haben sollst als andere? Wer bist du? Und das ist das Ding. Das ist nichts anderes als Ego. Das Ego fängt an zu sagen, weißt du was? Ich habe mehr verdient. Ich bin besser. Ich habe es verdient, wie ein König behandelt zu werden. Ohne dass ich den Bedingungen der anderen folge. Ich muss mich nicht wie die anderen benehmen. Ich habe nicht dieselben Bedingungen. Ich habe es einfach so verdient. Und so viele Menschen da draußen glauben diesen Scheiß. Für mich ist es ein besseres Leben bestimmt, ohne dass ich etwas dafür tun sollte eigentlich. Vielleicht nicht offensichtlich für andere oder für sich selbst. Aber tief im Inneren sitzt es bei so gut wie jedem drin. Versteckt. Und meine Arbeit ist nichts anderes als diesen Motherfucker da rauszuholen. Okay? Und jetzt gerade rede ich zu diesem Motherfucker. Und wenn ich dich kriege, dann werde ich dich auseinandernehmen. Zu 100%. Denn wenn du diesen Motherfucker erstmal rausbekommen hast, dann kommt dein wahres Gesicht zum Vorschein. Der korrekte Mensch, der versteht, dass er genauso ist wie alle anderen auch. Und dass er, solange er genug dafür tut und das Richtige tut, alles bekommen wird im Leben, was er sich wünscht. 100%. Aber um dort hinzukommen, musst du dein Urteil ablegen. Du musst lernen, im dritten Schritt diese Waage im Gleichgewicht zu halten, indem du deine Willenskraft benutzt. Aktiv muss diese Waage im Gleichgewicht gehalten werden. Denn wenn sie kippt, bist du tot. Du bist raus. Und jeden Tag kippt sie wieder. Ja, weil von links, von rechts, von allen Seiten kommen Einflüsse. Da kommt jemand von der Seite und sagt, boah, wow Issa, du bist so cool. Du bist so Hammer. Du bist so toll. Und auf einmal kippt die Waage in Arroganz. Okay? Ich glaube, ich bin der Tyrann. Ich bin besser als andere. Ja, stimmt. Ich bin cool. Guck dir den Idioten da drüben an. Guck dir mal den Idioten da drüben an. Ich bin so viel besser als die. Und was tue ich nun? Ich nutze Willenskraft. Ich nutze Willenskraft, um meine Gedanken vernünftig zu steuern. Ich glaube beispielsweise, oh, ich bin so viel besser als... Nein, stopp. Ich bin genauso wie jeder andere auch. All diese Menschen sind wunderbar. Jeder von ihnen hat besondere Fähigkeiten. Besonderes Potenzial. Ganz egal, wer er ist. Wer sie ist. Wo sie herkommen. Ganz egal. Und sie haben sicherlich auch so einige Dinge, die sie mir beibringen können. Definitiv. Und was geschieht mit der Waage? Sie kippt zurück. Oder die andere Richtung. Es kommt ein Tyrann und unterdrückt dich. Und gibt dir das Gefühl, dass du weniger wert bist. Und sagt beispielsweise, deine Arbeit ist absoluter Schrott. Du bist ja ein Idiot. Du hast nichts drauf. Guck dich nur mal an. Und was geschieht nun? Du fängst an zu glauben, dass du nichts kannst. Dass du zu nichts taugst. Dass niemals etwas aus dir wird. Das sehe ich oft in Beziehungen. Wenn die Frau unzufrieden mit dem Mann ist. Okay? Und er immer mehr das Gefühl bekommt, dass er nichts drauf hat. Weil sie die ganze Zeit am Meckern oder Nörgern ist oder sonstiges. Und er irgendwann so sehr in dieser Opferrolle ist, dass er wie ein kleiner Schoßhund ist, der die ganze Zeit Angst hat. Oh nein, kommt sie gleich rein und schreit und macht Ärger. Oh nein, oh nein. Und sich nichts mehr traut. Sodass sie irgendwann die Anziehung verliert und einfach geht. Denn während er noch der Typ war, der selbstbewusst war, okay, der tyrannischer war, der sein Ding gemacht hat, hat er sich plötzlich verwandelt in dieses Opfer. Mit der Zeit. Und wenn du in diesem Moment nicht bereit bist, diese Waage wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wirst du in dieser Opferhaltung verloren gehen. Das heißt also, was tust du in diesem Moment? Du machst dir klar, warte mal. Ich bin auch etwas wert. Was hocke ich hierherum wie ein kleines Baby und heul die ganze Zeit rum? Es reicht jetzt langsam. Es wird Zeit, wieder aufzustehen und Gas zu geben. Was soll der Scheiß? Wer bin ich zu glauben, dass ich's nicht auch drauf habe? Genauso wie alle anderen. Let's fucking go. Und wenn du das tust, dann wirst du merken, dass du Macht wieder erlangst. Und manchmal brauchst du von außen Menschen, die das für dich tun. Deine Freunde, Bekannte, Familie, ein Mentor. Ganz egal, was es ist. Aber du brauchst eben Anstoß, Willenskraft. Entweder durch andere oder durch dich selbst. Sodass die Waage wieder ins Gleichgewicht kommen kann. Und wenn du es schaffst, diese Waage im Gleichgewicht zu halten, dann wirst du merken, dass du ein Leben in Fülle führen wirst. In Freiheit, in Liebe, in Güte, in Gleichgewicht. In der Mitte dieser Münze, anstatt verloren zu gehen, in den Extremen. Und wenn du bereit bist herauszufinden, wie du das Ganze für dich wahr machen kannst. Indem du herausfindest, was du verdammt nochmal im Leben haben willst. Um in die Umsetzung zu gehen. Und der Mensch zu sein, der du sein willst. Um nur noch Menschen in deinem Leben zu ziehen, die wirklich zu dir und deinen Werten passen. Dann bewirb dich unbedingt für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ich sag dir eine Sache, wenn du das verstehst und das meisterst. Wenn du es schaffst, die Bewertung aus deinem Leben rauszuholen, die in dich reinkonditioniert wurde, bist du endlich frei. Du kannst endlich anfangen, voranzuschreiten, Gas zu geben, durchzuziehen. Ohne dich ständig kaputt zu machen. Also wenn du bereit dazu bist, freue ich mich, wenn wir uns auf der anderen Seite sehen. Ansonsten wünsche ich dir nur das Beste von ganzem Herzen. Bleib gesund, lass dir gut gehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Let's fucking go, Champ. Action. juice, und ich koche. Sch selected. Und du mini. Vuzen Points drin. So wenn du roomst num? Ja. Und du kannst mir jetzt drauf. Und du chaos. Spaß gas.